Am Anfang haben wir nicht so gut gespielt, am Schluss ist es besser geworden, haben den Anstoßstreffen gemacht, haben mehr Druck machen können. Wir haben verloren, aber ich glaube, die anderen waren noch besser als wir. Wo könnt ihr euch noch verbessern? Mehr Schlittschuhlaufen, genauere Pässe, mehr aufs Goal schiessen. Es war sicher eines von uns am schlechtesten Spiel, wir können noch viel verbessern. Hätten wir als das beste Hockey gespielt, hätten wir sie schlagen können. Wo könnt ihr euch noch verbessern? Wo siehst du wichtige Punkte? Ja, sicher in den Pässe, wir müssen viel schneller den Bug abgeben. Ok, danke.